Meine Fresse, diese Leute. Muss ich das jetzt wirklich nochmal erklären? Also entweder ihr checkt das wirklich nicht oder ihr stellt euch nur dumm an. Aber okay, ich erklär's nochmal. Jetzt bin ich nach Hause gekommen. Das heißt, ich brauch dieses Auto heute nicht mehr. Also es bleibt stehen. Bis morgen. Morgen. Und es hat noch 56% oder 248 km Reichweite. Jetzt bleibt bloß lieber sitzen. Denn könnt ihr euch vorstellen, ich werde jetzt mein Auto laden. Und dann ist mein Auto in weniger als drei Stunden fertig. Und ich bleib hier nicht drei Stunden stehen. Ich gehe jetzt einfach nach Hause und mache mein Ding einfach weiter. Und wenn ich morgen dieses Auto wieder brauche, es ist fertig geladen und ich darf meine 100 km am Tag mit 450 km Reichweite fahren. Mind-blowing.